Theoretisch auch hier rein. Wenn das Spiel mir nicht abstürzt. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht abstürzt. Weil das ist in die Welt der Verurteilten so ein Gebiet, da halten sich die meisten Leute von fern. Aber wenn wir es hinter uns gebracht haben, dann ist alles okay. Ah, fuck. Wenn du Chaos jetzt nicht spinnen würdest. Ich hasse es, ich hasse es. Du kannst hier nur mit Tastatur spielen, ne? Das ist furchtbar. Das ist so furchtbar. Anders geht's nicht. Nichts, человек. Wie man die auch nicht trifft, ne? Ach ja. Ach ja. Wie die Maus wiederhängt, ey. Könnte ich austicken, ey. Macht nichts. Ich, ey. Ja. Leck mich. Die bringt absolut nichts. Drecksmause. Oh. Ah, Mensch. Ich hasse Gothic-1-Steuerung. Ich hasse sie einfach so sehr, ey. Sie ist einfach so schlimm. Sie ist ein Schrechen. Sie ist ein Schrechen. Duh! 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 Warum sind die für kurze Zeit unverwundbar? Ich versteh's nicht. Da, wieder unverwundbar. Nee, da könnte ich kotzen. Dass die unverwundbar werden. Wieder unverwundbar. Mensch. Nee. Dann macht das keinen Spaß, wenn die unverwundbar sind. Und der hakt sich wieder an dem Snapper auf. Mist, Viecher, ey. Ich hasse diese Steuerung. Die ist so furchtbar. Nee, das ist einfach nur die Gothic 1 Steuerung. Die ist furchtbar. Die sind nicht so stark. Das sieht man ja, dass die nicht so stark sind. Aber wenn sie immer unverwundbar werden, sobald die zurückweichen, was völlig unlogisch ist. Das ist einfach nur die Frage, wenn man die woanders nicht so stark ist. Aber wenn man das nicht so stark ist, dann ist die Frage, wie man da wie sie nicht so stark ist. Jetzt. Vielen Dank.